Was erwartest du dir denn von diesem Abend, von dieser Sendung, außer das Knuddeln? Einen Typen. Ja, viel Spaß, ein Typ. Wie soll dieser Typ denn aussehen? Du kannst jetzt einen dir wünschen. Nase, lang, kurz, mittel? Mittel. Mittel, okay. Hohe Stirn, niedrige Stirn? Mittel. Mittel, okay. Aber eher kantig oder rund? Ah, sie ist schon kantig, egal. Okay, wir lassen ihn grinsen, netter Kerl. Haare, lang, kurz? Ist egal, das sagst du jetzt. Okay, sie sind dir egal. Viel Bein, wenig Bein, lang, kurze Beine. Schon groß. Groß? Und Baggy Pants oder enge Hose? Keine engen Hosen. Jetzt nur noch die Schuhe. Sneaker, Sneaker. Keine Flip Lops oder so Badelatschen oder so. Sneaker, okay. Wenn der so aussieht und der so kommt, dann nehme ich ihn so. Okay, warte, 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 so hier. Ich zeige ihm kurz, das ist dein Traummann. Hahaha. Haha. Dziękuję.